Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Disney Dreamlight Valley. Ja, in der letzten Folge, das seht ihr schon im Hintergrund, haben wir dieses wundervolle Schattenspieltheater erstellt. Und in dieser Folge schauen wir mal, was Mulans auf dem Herzen hat. Aber ich will mal eben kurz hier noch Eisen einsammeln, weil das habe ich nämlich gesehen vorhin. Und ja, Eisen kann ich nicht liegen lassen, weil Eisen braucht man ja immer wieder. Können wir reden, Gameplayerin? Ich habe eine Frage zu, naja, ich denke, es geht um Spaß. Gibt es ein Problem, ein Spaßproblem? Das Problem ist der Spaß. Aber ich bin mir nicht sicher, ob es ein Spaßproblem ist. Gibt das Sinn? Ich fange am besten noch einmal von vorne an. Was machst du hier gerne zum Vergnügen? Ich mag es, nee. Ich bin ein richtiger Alleskönner. Ja, doch, das schon. Ich kümmere mich um meinen Garten. Ja, das auf jeden Fall. Gartenarbeit könnte Spaß machen, denke ich. Was ist los, Mulan? Mushu meinte, ich sollte mir ein paar Hobbys suchen. Er findet, dass ich zu viel arbeite, seit wir das Trainingszentrum zu Hause eröffnet haben. Ich glaube, er hat recht. Ich möchte wirklich neue Dinge ausprobieren. Ich helfe dir. Ich bin eine Expertin für Spaß. Toll. Jeder weiß, dass du die spaßigste Person im Dorf bist. Oh, ich weiß ja nicht. Also es gibt Leute, die denken, dass sie wesentlich spaßiger sind als ich. Zum Beispiel hier der von der Monster AG, Mikey. Ich dachte an etwas Entspannendes. Vielleicht Blumen pflücken. Ich kenne einige Dorfbewohner, die das mögen. Also gut, Mulan. Lass uns ein paar Blumen pflücken. Und das Geilste daran ist, wenn du die Blumen gepflückt hast, kannst du sie einfach fallen lassen und sie stecken wieder da, wo sie vorher gestanden haben. Jetzt steht da, sammle Blumen in den folgenden Farben. Muss ich die wirklich sammeln? Oder reicht das, wenn ich die raushole bei mir? Das wäre jetzt eine gute Frage. Aber wenn da schon steht, sammeln, dann heißt das wahrscheinlich, dass ich die tatsächlich sammeln muss. Das Problem ist, ich habe nicht wirklich viel Platz. Es kann sein, dass ich dann zwischendurch noch mal kurz rüber muss und noch mal eben was leeren muss. Vor allen Dingen, wenn das jetzt wieder verschiedene werden. Verschiedene... Was hängt hier eigentlich alles rum? Das ist ein großer Eisplatz. Da könnte ich eigentlich was bauen, wenn es kein Eis wäre. Weil mit Eishintergrund sieht das natürlich nicht so toll aus. Aber da sind so viele Steine und alles im Weg. Die müsste ich echt mal wegmachen. Ach so, das sind die... Ich könnte natürlich die Blumen hier einfach nehmen. Aber eigentlich finde ich sogar, sehen die ganz schön aus. Die lasse ich mal da stehen. Ich mache jetzt Hardcore-Pflücking. Aber hier sind hier gar keine Blumen gerade. Hier sind hier gar keine Blumen. Ich habe zu viel im Teil gemacht. Ich habe keinen Platz mehr, wo Blumen wachsen können oder wie. Ah, da ist nochmal so eine... Gelb und Blau brauche ich noch. Äh... Äh... Äh? Wieso habe ich fünf? Oh, habe ich... Ach, die habe ich bekommen. Moment. Kann ich nicht? Ablegen. Ach, wie geil. Aber wenn ich die wieder ablege, dann zählt das nicht. Dann wird das wieder, äh... Dann zählt das nicht mehr, ne? Weil ich muss die dann ja auch haben. Ja, cool. Da habe ich direkt schon mal fünf... Das ist cool. Gelb brauchen wir auch noch. Ja, ich habe doch gerade... Hörst du mich jetzt veräppeln? Die nennt sich Orangefarben. Ist das euer Ernst? Das darf ich jetzt aber nicht hier stehen lassen. Ja, ist das. Weil man hat in diesem Spiel immer zu wenig Dreamlight. Ich meine, wir kennen das Problem ja, ne? Wir haben, Moment, Aufgaben. Ich weiß gar nicht mehr, wo man das jetzt sehen kann. Hier. Ich habe jetzt gerade mal 1010. Schreibt mir doch gerne in die Kommentare, wie viel ihr habt. Also, ich habe grundsätzlich immer zu wenig. Ich kann auch nie irgendwelche Sachen mitmachen. Also, dass ich mir irgendwas kaufe oder so. Das war das Einzige, was ich mir kaufen konnte, weil ich dann noch die Dreamlights durch was auch immer drin hatte. Dass ich mir hier halt wirklich so einen kleinen Vergnügungspark gemacht habe. Aber das war auch das Erste und das Einzige, was ich davon kaufen konnte. Weil danach war ich halt wieder pleite. Gut, 4. Ne, die ist weiß. Die brauchen wir nicht. Da ist was am Glänzen. Da kann ich jetzt nicht einfach dran vorbeilaufen. Jetzt macht das auch weg. Komm. Die ist auch wieder weiß. Die bringt uns auch wieder nichts. Och, hier ist wieder alles zu. Nein, ich will dich nicht streicheln. Ich will das Ding hier wegmachen. Äh, ne, das ist keine Blume. Die ist lila. Die bringt uns auch nichts. Ich hätte die halt schon gerne aus dem gleichen Gebiet, ne? Weil jetzt muss ich mir auf jeden Fall Platz machen. Weil jetzt muss ich nämlich wieder neu... Das ist lila. Jetzt muss ich nämlich neue Plätze dafür veranschlagen. Sind die auch unterbrochen? Ja, natürlich. Natürlich ist mein Inventar voll. Ach, hier ist auch wieder sowas. Was habe ich denn da drinnen? Kann ich irgendwas fallen lassen? Was ich mir später hole? Ja, wo die jetzt schon wieder herkommt, weiß ich auch nicht. Also, schwarz brauchen wir sowieso nicht, ne? Dann legen wir die mal ab. Und weiß brauchen wir auch nicht. Wir werden hier einfach hier reingesteckt. Kein Thema. Äh, die zählt anscheinend nicht unter rot. Wo ist die jetzt hin? Da. Roter Bartfaden. Wurde aber gerade nicht gerechnet, oder? Aber Moment. Da ist eine gelbe Blume. Jetzt muss ich das nochmal ausprobieren, ja. Achso, wurde doch gerechnet. Okay. Aha. Sonst finde ich nie solche Stellen, ne? Und wenn man dann einmal eine Aufnahme macht, dann läuft man da die ganze Zeit über solche Stellen drüber. So, hier haben wir noch was Blaues. Ah, gibt mir noch eine blaue Blume, Leute. Oh, ja, danke. Dann haben wir hier noch eine gelbe. Mit der gelben, also mit den gelben Blumen, besser gesagt, wird es noch problematisch. Da hinten ist wieder so eine eigentliche Eventblume von einem Event, was es jetzt gerade nicht mehr gibt. So. Ah, also wir brauchen noch Rot und Gelb. Dann schauen wir hier unten nochmal. Sehr entspannt, Blumen zu pflücken. Oder, Mulan? Man hetzt hier von Gegend zu Gegend und sucht die richtige Farbe. Das ist doch wunderschön. Ich hoffe, bei den anderen Hobbys, die ich jetzt wahrscheinlich mit ihr durchgehen muss, muss ich jetzt nicht auch noch Sachen einsammeln, weil sonst habe ich ein Problem. Da ist eine gelbe. Nein! Och, komm. Ist das nicht auch eine gelbe hier? Ne, ist eine rote. Kann ich die einsammeln? Kann ich auch nicht einsammeln. Ach, kommt, Leute. Was ist das hier? Da habe ich einfach alles kreuz und quer reingetan. Dann mache ich das jetzt doch auch. Dann schmeiße ich da einfach... Achso, mehr kann ich nicht. Okay. Gucken, ob das schon reicht. So, jetzt brauchen wir nur noch gelbe Blumen. So. Ich hätte ja auch mal so clever sein können und mal direkt nachgucken können. Ja, ich weiß. Gilt das auch als einsammeln, wenn ich jetzt die gelben Blumen hiervon... muss ich die alle nehmen oder kann ich die... Ah, Mist. Ja, nee, da kann ich nicht sagen. Ich will jetzt die und die haben. Oh, ich hasse es nach speziellen Dingen zu suchen. Kann man hier einfach in der Gegend rumlaufen und irgendwelche Blumen pflücken? Das wäre viel einfacher. Was bist du denn für eine Farbe? Du bist eine rote. Ich kann die jetzt gerade nicht gebrauchen. Mann. Ich brauche gelbe Blumen. Hallo. Hallo. Das ist, glaube ich, eine grüne. Ja. Du dürftest auch eine grüne sein. Ja. Die brauche ich zwar normalerweise, weil man die nicht so oft findet, aber... Nicht heute. Ich glaube, die haben gar keine gelben Blumen hier, oder? Im Sumpfgebiet. Ich bin mir nicht sicher. Wir könnten mal... zur sonnigen Ebene gehen. Die haben, glaube ich, auch noch gelb. Da hinten sieht doch was aus wie gelb. So. Oh, da bleibt es auch überall hängen. Also, ich muss sowieso mal gucken, dass ich hier die ganzen Ebenen mal ein bisschen ändere. Ich wollte das so schön lassen, wie es jetzt hier ist, sodass man das immer sieht. Ja, das ist die sonnige Ebene. Das ist... Ja, halt die Steppe sozusagen, ne? Dass das so ein bisschen von dem ursprünglichen Flair hat. Aber... Damit das schön aussieht und man wirklich alles so hinstellen kann, wie man es gerne möchte, glaube ich, muss man zwangsläufig die ganzen Gegenden einfach verändern. Hä? Wieso habe ich jetzt hier auch noch so eine Marke? Ich denke, das gehört alles zu den Events. Ich bin jetzt hier... Knoblauch. Legen wir den Knoblauch mal ab. Nein! Ich hasse es, wenn die Sachen immer direkt da drüber gelegt werden. So. Rote Anstecknadel. Hier, Dreamlight Parks Fest. Wieso kriege ich die ganzen Sachen vom Dreamlight Parks Fest? Ich denke, der ganze Kram ist vorbei. Dann sollen sie mir doch auch nicht ständig die Sachen vor die Füße werfen. Oh, Mann. Ich finde jetzt immer noch keine gelben Blumen, oder was? Haben wir denn gelbe Blumen hier oben vielleicht? Also, ich habe viele Sachen gefunden, die ich so brauche, aber... Ja doch, hier haben wir doch diese großen gelben, ne? Wenn die denn mal da sind, wenn ich sie brauche, heißt das. Hallo, gelbe Blumen. Sobald du gelbe Blumen brauchst, sind alle nur noch orange hier drin. Alter, ist das euer Erd. Was ist das für eine Minikugel hier? So klein habe ich die noch nie gesehen. Habt ihr die schon mal so klein gesehen? Die sieht zwar niedlich aus, aber die sieht man ja fast gar nicht mehr. Legen wir das auch mal ab. So. Lassen wir mal hin, Mulan. Ich brauche Blumen. Ich werde hier schon wahnsinnig, weil ich Blumen brauche. Ich verlängere die Folge hier um keine Ahnung wie viele Jahre und Stunden und überhaupt, weil ich keine Blumen finde. Und jetzt brauche ich noch genau eine und habe jetzt keinen Platz, diese eine letzte hier reinzutun, weil ich die dann komplett... Ach nee, das ist eine... Nein! Blöd Frau! Das ist eine Anstecknadel, das wollte ich eigentlich sagen. Habe ich jetzt eine Anstecknadel ausgegraben? Oder lag die vorher auch schon hier? Das ist aber zum Ausgraben. Das machen wir nochmal kurz. Alter, ich brauche nur eine gelbe Blume. Ist das denn so schwer? Aus diesem Bereich, weil ich ja sonst hier nichts machen kann. was ich mir irgendwo hinkern kann. Ach, kommt, Leute. Vor allem Mulan, ganz ehrlich, was hast du eigentlich... Das war doch eben noch nicht da. Was hast du eigentlich für Probleme, dass du jetzt unbedingt gelbe Blumen brauchst? Alter, das Event ist vorbei. Wieso finde ich hier überall diese Dinger? Ich meine, ich sammle die gerne schon mal fürs nächste Event. So ist es nicht. Ich darf Bewohner zählen auf dich, mein Freund. Ja toll, die zählen auf mich. Aber ich kann denen nicht helfen, weil ich die Blumen nicht finde, die sie brauchen. Also hier ist definitiv nichts mehr. Wenn ich jetzt hier unten keine gelbe Blume finde, dann bin ich am Aar. Oh, ist nicht euer Ernst jetzt. Ist nicht euer Ernst. Ich brauche doch nur noch eine gelbe Blume. Ja, wenn das zu lange dauert, dann schneide ich den Teil einfach raus, weil... Ich meine, wir können jetzt nicht die ganze Folge über hier Blümchen pflücken. Also, wir sollen zwar für diese Folge über, aber wir können... Ah! Ha! Ha! Eine gelbe Blume! Ja! Ja! Ulan! Komm her! Ach, jetzt muss ich hier auch noch... Oh Gott. Das? 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 Hauptsache, mein Inventar ist danach wieder frei. Ach so, das war nur eine. So. Jetzt muss ich die ja auch noch alle einzeln machen, oder was? Ich dachte, ich kann hier die Blumen behalten. Im Schweiß meines Angesichts habe ich hier die ganzen Blumen geholt. Vor allen Dingen dachte ich, das soll ihr Vergnügen sein und nicht mein Vergnügen. Vergnügen, in Anführungszeichen. So. Oder will sie gar nicht Blumen pflücken, sondern irgendwelche Streuße draus machen. Das kann natürlich auch sein. Na? Ja! Schau dir all diese wunderschönen Blumen an. Ich habe ein paar schöne gelbe, lila und grüne gefunden. Wenn wir alle unsere Blumen zusammenlegen, könnten wir einen Blumenstrauß machen. Oder einen Kranz. Blumenkronen? Blumenstrauß. Das ist eine gute Idee, aber ich habe mir überlegt, dass wir sie zu einer Matte weben. Blumen? Und als Tarnung verwenden können. Was? Es würde so aussehen, wie ein Beet mit Gartenblumen. Dann werden wir sie benutzen, um uns vor Feinden zu verstecken und sie zu überwachen. Äh, wir sind hier im Dreamlight Valley. Da gibt's keine Feinde, außer jetzt hier so Ursula und so. Oder wir nutzen die Blumen, um die Flora des Dorfes zu kartieren. Was meinst du? Das klingt heftig. Genau. Wir haben keine Feinde im Tal. Oh, äh, richtig. Genau. Aha. Genau, das hat Mushu gemeint. Ich brauche Hobbys außerhalb des Trainings. Aber ich habe mich in letzter Zeit so sehr darauf konzentriert, dass ich alles andere vergessen habe. Sprich weiter. Okay, ich schaffe das. Lass uns eine andere Beschäftigung ausprobieren. Du suchst dir etwas aus, Gameplayerin. Wie wäre es mit etwas Gartenarbeit? Du hast gesagt, das sei nicht dein Ding, aber eigentlich hat sie gesagt, das ist genau ihr Ding. Vielleicht kann ich es dir beibringen. Das ist perfekt. Es ist lehrreich und produktiv. Ich meine, spaßig. Ich habe schon ein paar tolle Ideen für einen Gemüsegarten. Okay. Ich folge deinem Beispiel. Jetzt sag mir nicht, ich muss jetzt... Jetzt muss ich sowas wieder anpflanzen, obwohl ich überhaupt gar keinen Platz mehr habe. Wir gehen jetzt zum Mulan. Wir pflanzen die Sachen jetzt da an. Aber ich muss erst mal die Sachen holen. So, was brauchen wir denn hier? Moment, Moment, Moment. Das kann ich auch sehen, wenn ich öffne. Nee, kann ich nicht sehen. Scheiße. Also, drei Chili, vier Zuckerrohr, fünf Zwiebel. Ähm, drei Chili. Die kann ich jetzt aber nicht. Drei Chili. Vier Zuckerrohr, fünf Zwiebel, Soja und Reis. Das ist auch nur Chili. Ja, stimmt. Okay, wir gucken erst mal, was da drin ist und dann gucken wir... Okay, Zwiebeln. Äh, fünf Zwiebeln. Aufteilen. Zack. Fünf Zwiebeln. Dann haben wir noch Zuckerrohr, Soja und Reis. Wo habe ich denn noch eine Kiste? Jetzt kriege ich hier rote Blumen, oder was? Reis und Zuckerrohr. Zuckerrohr vier, Reis... Was habe ich jetzt gemacht? Zuckerrohr vier, Reis neun. Reis neun. Und Zuckerrohr vier. So. So. Fehlt uns noch Soja, oder? Aber ich habe doch sonst keine Kiste mehr, oder? Doch da hinten ist noch eine. Ist da zufällig Soja drin? Oh ja, okay. Dann haben wir sechs Soja. Halt. So, die können wir dann mit reinmachen. Zack. Dann haben wir wieder einen Platz mehr. So. Da das jetzt deine Aufgabe ist, Mulan, werde ich das bei euch hinten reinmachen. Sie hat ja jetzt hier leider keinen Platz. Dann muss ich hier ein bisschen Platz machen. Dann muss ich das hier machen. Hallo? So. Ich verrute alles, was das Licht berührt, ist Teil dieses neuen Ortes. Ja, ja. Quatsch mich jetzt gerade bitte nicht voll. Ich muss mich jetzt konzentrieren. Also, wir brauchen einmal drei. einmal vier. Einmal vier. Eins, zwei, drei, vier. Dann einmal fünf. Eins. Nein. Was machst du denn da? Was ist doch gerade richtig? Zwei. Drei. Vier. Fünf. Dann einmal sechs. Eins. Zwei. Drei. Vier. 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 Na. Sechs. Und einmal neun. Eins. Zwei. Das wären dann sieben, wenn ich das jetzt hier komplett mache. Ich hatte gehofft, wir kriegen das so schön hin, aber ganz so schön ist es leider nicht. Müssen wir hier etwas mehr machen. zack. So. Natürlich habe ich jetzt wieder keine Energie mehr. So. Dann brauchen wir und davon fünf. So. Dann davon die sechs. So. Sehr gut. Dann brauchen wir davon drei. Dann machen wir hier erstmal das eine rein. So. Dann machen wir die erstmal komplett hier. Noch drei. Ja. So. Dann die noch. Kommt jetzt hier das ganze Geld eigentlich her. Hallo? Habe ich das Geld jetzt ausgebuddelt oder was? So. Und dann die letzten vier noch. Mulan, geh doch mal aus dem Weg. Wenn du mich schon deine ganze Arbeit machen lässt, dann geh aus dem Weg. So. Sprich mit Mulan über den neuen Garten. Jetzt ist die große Frage. Normalerweise würde ich jetzt erst gießen. Da ich aber die Aufgaben kenne und weiß, dass jetzt vielleicht irgendwas kommt, du musst was Spezielles gießen, werde ich das jetzt mal nicht machen, sondern erstmal mit dir reden. Der Garten sieht so gut aus, Gameplayerin. Nachdem wir geerntet haben, könnten wir uns überlegen, wie wir das Gemüse konservieren können, falls wir es für Rationen brauchen. Wir könnten auch größere Feldfrüchte anbauen, Kürbisse vielleicht, und sie für das Bogenschießen nutzen. Ähm, ja, rationieren, äh, Rationen klingt ernst und nicht nach Spaß. Ähm, du hast recht. Ich frage mich. Es muss doch irgendetwas geben, das ich nicht zum Training machen kann. Ich muss darüber nachdenken, Gameplayerin. Könntest du mit Mushu reden? Er ist derjenige, der meint, ich bräuchte mehr Spaß in meinem Leben. Vielleicht hat er ein paar Ideen. Ja. Können wir gerne machen. Dann würde ich allerdings sagen, dass ich das tatsächlich doch noch gieße. Weil ich dachte, jetzt kommt wieder irgendwas von wegen, damit wir die Arbeit schneller hinter uns haben oder sowas, dass wir das jetzt mit Beschleunigung gießen oder was weiß ich was. Dann machen wir das so. Okay, also, einmal mit Mushu reden. Da ist er schon. Hallöchen. Der Wächterdrache des Tals. Zu deinen Diensten. Zack. Hey Mushu, Mulan hat Schwierigkeiten im Teil Hobbys zu finden. Ich bin froh, dass sie dich um Hilfe gebeten hat, aber ich bin nicht so froh, dass sie kein Hobby findet. Erzähl mir, was passiert ist. Wir haben Blumen gepflückt. Sie wollte sie in eine Art Tarnmatte verwandeln? Oh, das ist so kreativ. Aber nicht der Sinn der Sache. Sie arbeitet so hart, sie soll sich entspannen. Einfach mal locker lassen. Wir haben auch einen Gemüsegarten gemacht. Sie sprach davon, sie zu Rationen zu verarbeiten oder Zielscheiben aus Kürbisse herzustellen. Ich verstehe. Sie ist immer voll konzentriert. Das Mädchen ist ganz schön engagiert, nicht wahr? Alles, was wir ausprobiert haben, wurde zu einer Strategie. Hm. Lass mich dich etwas fragen. In was für einer Stimmung war Mulan, als sie diese Sachen gemacht hat? Hm. Sie war glücklich, bis sie gemerkt hat, dass sie wieder eine Strategie entwickelt hat. Okay. Du hast Spaß, bis du merkst, dass du keinen Spaß hast. Denkst du, was ich denke, Gameplayerin? Mulans Spaß ist Training und Strategie. Ha! Ich wusste, dass wir das Gleiche denken. Mulan hat Spaß daran, diese Pläne, Strategien und Tarnziel, Rationen, Sachen zu machen. Sie liebt Herausforderungen. Auf diese Weise lässt sie Dampf ab. Das ergibt tatsächlich Sinn. Wir können sie... Wie können wir sicherstellen, dass sie an einem Ort trainieren und Strategien entwickeln kann, an dem es niemanden gibt, gegen den sie trainieren kann? Ich habe eine Idee. Okay, lass uns damit anfangen, ein paar holzerne Übungspuppen herzustellen. Bis du damit fertig bist, habe ich schon alles geplant. Hey, tu nicht so, als wäre ich unsichtbar. Wie soll ich die herstellen? Also, ich meine, ja, klar, machen wir. Aber... Ich denke mal, Holz werden wir auf jeden Fall brauchen. Geistesblitz von mir. Aber wie stellen wir die sonst noch her? Brauchen wir nur Holz? Brauchen wir noch was anderes? Ist das nicht unter Funktional? Hä, wollt ihr mich veräppeln? Es ist unter Möbel, ernsthaft? Warum zur Hölle brauche ich für eine hölzerne Trainingspuppe zusätzlich zum Holz noch Stein, damit ich mir die... Ja gut, okay, das ist unten, das kann ich noch verstehen. Aber warum brauche ich dann noch Goldbarren? Also hier so Seile oder so, was hätte ich noch verstanden, aber Goldbarren? Aber gut, ist egal, wir haben genug davon. Von den Sachen aus und zwar. Bringen die holzernen Puppen zu Musho. Ist der denn gerade da? Hallo, nicht hängen bleiben. Da ist er. Hallo, Eichhörnchen. Hey, tu nicht so, als wäre ich unsichtbar. Hallo, habe ich doch gar nicht. Ja, ja, ich weiß, ich bin klein, aber ich bin mächtig. Kapiert? Hey Musho, schau mal, was ich hergestellt habe. Sieh mal eine an, diese hölzernen Übungspuppen sehen toll aus, Gameplayerin. Mulan wird sie lieben. Ich habe gerade eben meinen Plan für den Rest der Überraschung fertiggestellt. Wir werden ja einen speziellen Trainingsplanbereich einrichten, wo sie ihrer Fantasie freien Lauf lassen und imaginären Feinden in den Hintertreten kann. Ich habe auch noch ein paar andere Dinge, die ich hinzufügen will. Hier, richte deinen Trainingsbereich dort ein, wo du ihn haben willst. Ja, wie groß muss das werden? Also wenn, ist ja klar, dass ich das irgendwo bei Mulan in der Nähe haben will. Das Problem ist nur, wir haben da jetzt einen Garten angelegt und ich weiß nicht, ob hier, wie heißt die von Encanta nochmal, ob die da so, Mirabelle, ob die so erpicht da drauf ist, dass wir jetzt hier aus ihren schönen Garten ein Übungstrainingslager machen. Wir gucken mal, ob wir das, ach du Scheiße, ob wir das hinkriegen, strategitisch, Holz, Übungspuppe, das letzte, keine Ahnung, was das letzte ist. Die sind doch recht groß, ne? Aber ich habe absolut keinen Platz bei ihr, also, das können wir auf jeden Fall vergessen. Wenn ich da unten das wegmache und einen Weg hier reinmache, müsste das ungefähr hier sein, aber wahrscheinlich wird das dann sowieso wieder alles weggenommen. äh, ich dachte, ach so, das ist, okay, 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 machen wir das einfach so, wo? Äh, hallo, was machst du? Ähm, nee, wir müssen jetzt, ach ja, wir müssen jetzt Escape drücken. Wir haben das ja irgendwie verändert, das ist jetzt ein bisschen komisch geworden. So, dann machen wir da, oh, wie viele haben wir davon? Was? Wie viele sind das? Hallo? Okay, drei Stück. Reicht das? Weil ich weiß jetzt nicht, was ich jetzt hiervon machen soll. Ich gehe mal erst mal raus. Möbel für draußen. Ah, okay. Das können wir auch direkt mal nehmen. Ähm, machen wir den Kram hier erst mal weg. Doch, kannst du. Hast du ja gerade auch schon mal gemacht. So. Steht natürlich der Baum so ein bisschen im Weg. Aber, gut, ich weiß nicht, ob das jetzt hier stehen bleibt. Also, drei Möbel für draußen brauchen wir dann noch. Ähm, tja. Wenn ich jetzt normale Stühle hätte, wäre das ganz gut. Fässer wären vielleicht nicht schlecht. ich kann hier ja schlecht was zur Entspannung geben. Eine große Fackel. Okay, die, die wäre auch nicht schlecht, weil dann kann sie nämlich nachts auf jeden Fall hier trainieren. So. und... Jetzt mache ich das alles so schön und dann wird das gleich wieder abgerissen, wetten. Ähm, das gilt auch als Möbel für draußen, oder wie? Hä? Dann würde ich das nämlich theoretischerweise hier in den Bereich reinmachen. Oh, tatsächlich. Cool. Ja. Warum auch nicht? Och, nein. Mosho, ganz ehrlich, ey, an der Stelle kriege ich das doch nicht retuschiert. Och, Mann. Komm, ein schönes Bild jetzt noch. Naja, gut, okay. Okay, lassen wir das. Mache ein Foto, haben wir gemacht. Nein. Wieso haben die den Tisch jetzt hier weggemacht? Ach, damit die mir den Tisch geben können, oder wieso? Aber wenigstens haben sie den Rest stehen gelassen. Mal gucken. Großartig. Mein ganz eigener Trainingsbereich, das ist toll. Aber, Moment mal, Mosho hat gesagt, ich soll nicht so viel trainieren. Wir haben festgestellt, dass jeder eine andere Definition von Spaß hat und deine beinhaltet definitiv Schweißausbrüche und Strategie. Hm, weißt du, du hast recht. Ich habe das vorher noch nicht gesehen. Das ist ein großer Teil von dem, was ich bin und mein Spaß muss nicht so sein wie der von anderen. Ich meine, ich werde auf jeden Fall versuchen zu malen und zu töpfern, aber jetzt kann ich das Beste aus beiden Welten bekommen. Danke, Gameplayerin. Wenn du mich entschuldigen würdest, ich möchte unbedingt diese Trainingspuppen ausprobieren. Es ist schön, hier so viele Freunde zu haben. Nein, ich habe jetzt den Tisch freigeschaltet, aber sie hat ihn mir nicht gegeben, oder was? Nein, oder? Das, das will ich jetzt wissen. Das, das geht gar nicht. Moment. Ne, wieso kann ich hier nicht? Achso, da oben. Das will ich jetzt wissen. So. Doch. Ich dachte schon, weil ist doch klar, dass ich den jetzt dann auch wieder hier reinstellen muss. So. Steht der jetzt so wie vorher auch? Ja. Das heißt, wir stellen dann den Baum hier ein bisschen ans Ende, würde ich sagen. Da können wir sowieso nicht, genau, da können wir sowieso nicht angeln. Dann können wir den, soweit es geht, ans Ende stellen. Dann hat sie hier noch genug Platz. Und dann kann ich nämlich hier auch Möbel für draußen, dann wie gesagt. Aber eigentlich, an hier unter Wege kann man das nicht finden. Das ist so ein bisschen blöd sortiert, weil das sind ja eigentlich Wege hier. Das steht aber irgendwie unter Dekorationen oder so. Ich bin mir gerade nicht sicher. Dekor. Ich muss da mal in Ruhe nachgucken. Ich werde das jetzt wahrscheinlich eh nicht auf die Schnelle finden. Ich gucke hier mal eben kurz. Aber das sieht nicht so aus. Ich gucke da mal in Ruhe nach. Dann werde ich hier auf jeden Fall den Weg noch ein bisschen weitermachen. Und dann werde ich den bis nach dahinten ziehen, wenn die Sachen dann hier alle so weit gewachsen sind. Und ja, damit hat man denn die heutige Folge auch endlich geschafft. Yay! Also nicht, weil ich das Ganze nicht gerne gemacht habe, sondern weil es mit dem Blumenflücken so lange gedauert hat. Sowas finde ich immer grausam, wenn man das wirklich machen muss. Also es kann natürlich sein, wenn ihr selber an den Punkt kommt, solltet ihr das vielleicht mal ausprobieren. Es kann sein, dass wir tatsächlich die Blumen einfach hätten irgendwie rausnehmen können. Aber ja. Ach so. Da fällt mir gerade was anderes ein. Ich bin ja auch blöd. Ich hoffe, ich denke da mal in der Zukunft drin. Vielleicht hat das mal jemand von euch ausprobiert. Wenn ja, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Weil mir ist gerade so ein Geistesblitz gekommen. Theoretischerweise könnte man bei solchen Sachen doch zum Beispiel die Blumen bei sich rausholen aus der Truhe und dann in der Welt ablegen. Weil dann gilt das ja als neues Pflücken. Also eben hat das ja auch funktioniert. Das müsste man tatsächlich mal ausprobieren, auch mit anderen Dingen, ob das dann als Einsammeln auch wieder gilt. Oh, ich hoffe, ich denke da dran. Ich habe gerade so einen Geistesblitz gehabt. Vielleicht funktioniert es ja. Probiert es einfach mal aus, wenn ihr selber irgendwas einsammeln müsst. Und dann schreibt es mir doch bitte in die Kommentare, ob das funktioniert. Das würde mich wirklich mal interessieren. Aber gerade hat es ja auch funktioniert. Also eigentlich müsste das gehen. Ja, vielen Dank erstmal fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich natürlich auch gerne abonnieren. Vielen Dank.